Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen. Ich habe ein paar Sachen gekauft und wo waren wir da am besten an. Ich hatte ja schon bei Instagram geteilt. Anthem, Far Cry, Division und zusätzlich Kühlspendigot und Tekken. Wobei die beiden, ich habe bei Kauf 5 Zahl 3 bei Amazon mir welche geholt ihr habt und die zwei gehen weg, also Tekken und Crash Bandicoot gehen weg. Die lasse ich auch original verpackt. Die gehen zu GameStop in die 9,99 Euro Aktion und dafür hole ich mir Mortal Kombat oder Days Gone. Dann habe ich mir geholt so eine Knete, sieht man nicht. Damit soll man Dreck wegmachen können und so. Und ich dachte für die Felgen und für das Auto ist das ganz gut, weil im Auto hast du immer so Rillen, wo du nicht so gleich rankommst. Und auch Tastaturen sollst du dann kneten, gehst du dann so drüber und dann geht das halt in die Rillen rein und holt den ganzen Dreck raus und das kann man halt immer wiederverwenden oder bis zu einer gewissen Zeit wiederverwenden und dann halt nicht mehr. 9,99 Euro habe ich gerade bezahlt bei Amazon. Dann Mass Effect habe ich bei Spock geholt für 7 Euro inklusive Versand. Also ihr habt es erst, ihr habt und dann wurde es aber verkauft und der Käufer wollte es dann wohl doch nicht mehr, keine Ahnung. Jedenfalls hat der Verkäufer mich dann kontaktiert oder Verkäuferin, ob ich es noch haben will für 7 Euro inklusive Versand. Und da habe ich natürlich gleich gesagt, klar, da kann man nichts verkehrt machen. So, dann habe ich noch was, aber das ist jetzt nicht meins, aber darüber darf ich ein Unboxing und ein Hardware-Video machen. Das habe ich für einen Kollegen bestellt, der hat nämlich kein Prime und auch kein Amazon Konto, der kauft immer bei Ebay. Und der wollte dieses Headset haben oder Kopfhörer, ich weiß es jetzt nicht genau. Der hat mir nur den Link geschickt und ich habe es dann geholt. Das lasse ich auch noch verpackt. Da werde ich ein Wireless-Head-Phone, genau. Und da werde ich dann noch ein einzelnes Unboxing und ein Hardware-Video machen. Und ich kann die auch kurzzeitig testen, weil er mit einem LKW unterwegs ist und dann mal gucken, wie die sind. Er holt sie sich dann ab. So, das war doch schon. Mehr habe ich nicht gekauft, aber Stapelspiele ist ja auch schon mal was wert. Division haben wir ja schon angezockt. Wo ist das? Da. Das habe ich ja, das ist Anthem. Bei Anthem bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das auch vertauschen werde oder ob ich das behalten werde. Division werde ich auf jeden Fall behalten. Das haben wir schon angezockt. Fahrqual weiß ich nicht. Da muss ich mal gucken, wie lange die Story ist. Vielleicht schaffe ich das auch rechtzeitig durch und dann geht das auch gleich weg. Das brauche ich auch nicht aufhin. Und Mass Effect. Mal gucken, wie lange das dauert. Das werde ich dann irgendwann auch mal einen Angriff nehmen. So, dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Einstest.